Der ist so lang, ey, da krieg ich echt Respekt, don't do it. Nein, ich hab nichts gesehen, man. Oh, meh, 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 meh. Ach da, oh Gott. Wieso fragst du uns das? Ist doch schon viel weiter. Ich hab den letzten Sprung verkackt, den letzten Sprung. Nein, oh Gott, wieso drück ich den Shift, ey? Hat mich meine Mutter penetriert, oder was, ey? Alter. Ja, ich mein, man muss doch jemandem für ein bisschen Unterhaltung sorgen. Alter, ein Mikro bewegt sich weg, ich muss meine Flasche dahinter stellen. So. Dein Mikropenis bewegt sich weg, oh, da musst du ihn schnell anfangen. Wann war jetzt mal gewünscht, wa? Alter, ich guck dir übrigens, war easy. Oh, wie jetzt leider Sprung, das kann ich nicht. Bist du ein Assi, wa? Was hab ich gemacht? Ja, ich... Ist klar, ist klar, das kriegst du wieder. Hä, was, was hab ich gemacht? Ich bin im Inventar, krieg ich Schadenfall runter. Komisch. So, Danny, mach das mal jetzt hier. Mann, wir warten schon wieder auf. Danny, ey. Ich war als erstes fertig. Ich bin runtergefallen, ohne die Tür zu öffnen. Ich weiß es nicht. Ja. So, da ist der Danny, aua. Aua. Jetzt aber nicht die Tür zu machen, das wär richtig assi. Die ist noch nicht mal offen. Doch, die ist offen. Ich würd dir raten, sie wieder aufzumachen. Jetzt könnte das für uns beide böse enden. Fuck. Nicht nur für uns beide. Verdammt. Ey, was ist denn los hier gerade? Jetzt. Was ist denn los hier gerade? Oh Gott, ich komm nicht auf den zweiten Block, ey. Was ist los, ey? Dennys Mutter war wieder. Ich hab deinen Schäferhund gegessen und verdaut. Ich erst mal zu weit spring. Hast du das gehört? Du hast einen Schäferhund gegessen und deswegen springst du zu weit? Ich hab deinen Schäferhund gegessen und verdaut. Ich hab gar keinen. Und war zu deinem Schäferhund erlaubt. Uh. Ich spring immer zu weit, ne? Ah, Mann, wer hat mich denn... Oh, Danny. Das war assi, ey. Das war richtig assi. Danny, du hast mich geschlagen. Ich hab's ganz genau. Alter. Okay. Okay, alles gut. Depp, 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 depp. Okay, depp, 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 depp. Okay, depp, 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 depp. War das mit Absicht? Ich weiß es nicht. Ja, ich will mal hinter dir sein, weil ich so auf dein Hintern stehe. Ah, geil. Auf dein Picks liegen arsch. Ja, Mann, der ist auch richtig, der ist stahlhart, du. Das ist wie mein anderes Körperteil von mir. Immer in Form. Mein Bizeps. Dein Bizeps aber bloß weil er bloß aus Knochen besteht Nein, oh Gott, ich hab zu viel Schiff gedrückt Du bist ein Spassi, wa? Mies Ja, dafür ist einer fett und schwabbelig Der Bizeps? Ja Oder der Knochen? Der Bizeps Der Knochen Tut mir leid, ich bin so fett, dass der Fett schon in meine Knochen übergegangen ist Danny, du kannst nicht durchbringen, wenn du Schaden kriegst Ich dachte Das hat noch nie funktioniert Das hat immer funktioniert früher Nein, das hat noch nie funktioniert Und warum ging Kakteen Sprünge früher? Sprüche Ja, Sprüche, genau Weil Kakteen die sofort Insane Damage geben, du Fischlopp Richtig Aber Fallschaden ist was anderes als Kakteen Schaden Warum krieg ich denn aber Fallschaden, nachdem ich gesprungen bin, was soll denn das? Also ich springe, komm auf und dann mitten in der Luft, kurz vorm Ziel krieg ich Fallschaden Ich hab das gar nicht, du bist direkt beim Aufkommen, wenn das Schaden kriegt Du bist nicht mehr gerannt danach Und deswegen hast du nicht geschafft, den Sprung Ich bin gerannt Ich bin gerannt Bist du nicht mehr? Doch Der Fallschaden hat das Rennen weggenommen, so wie ging er Watt laufen Das Rennen wurde einfach weggenommen Hä, ich renne danach weiter Denny rennt öfters mal gegen Wände Ich krieg immer viel später ist Fallschaden Mh Welche ist einfach deiner Ping Ja wahrscheinlich Das kann ja gar nicht Denny hat doch das beste Internet von uns Das stimmt nicht ganz Der Weg Alter Denny, hau auf, diese Dinger zu bauen Torsi, mach's nicht ehrlich mal ey Ja, ich bin gleich fertig Oh Gott Jetzt Das wäre das gar nicht Der ist gar nicht normal gemacht Ey Alter Den habe ich zum ersten Mal gemacht, den Fehler Ey, ihr seid echt mit Geburtsfehler geboren, ne? Aber mir ist es erst eingefallen, als ich schon Schaden bekommen hatte und wieder losgesprungen bin Das denny da immer verreckt ist Das war ein bisschen Immer vor allem, einmal Herrlich, weil du behinderter kannst Ja, reicht doch Guck mal, Willi, da steht was auf dem Schild Ja Denny, kannst du mal aufhören, diese dummen Dinger zu bauen? Das macht ein bisschen... Das macht ein bisschen nervig, ne? Ja, das macht nervig, ne? Das macht vor allem nervig Na, das macht ein bisschen nervig Ich bin da gar nicht durch, oder? Vielleicht schaffst du's ja nächstes Mal So, jetzt geht's los Das war zu weit Scheiße, ich bin runtergelaufen Wo sind hier der Aufgang? Ja, der hat euch auch gerade gesucht Achso, hier, Scheiße, ey, einfach falsch rumgelaufen Das war einmal komplett rumlaufen, ne? Man sollte niemals Danny hinterherlaufen Der nimmt immer den längsten Weg Ja, man, komm ich mal mit dem Ziel an Im Gegensatz zu dir Welches Ziel denn? Nein, nein, oh Gott Endlich, ey, gebt ihr auf? Was? Aufgeben kann man nur, wenn es zwei von drei Leuten geschafft haben Nimm doch gar nicht Doch, habe ich gerade beschlossen Jaja, vor allem, wenn wir um von Tschechien haben Was, der hat dich beschlossen? Keiner schafft, ne? Naja, bis in die Endlichkeit Na klar, 500 Folgen 500 Folgen für Success? Oh nein! Brainfuck Für eine Challenge Für eine, für eine Challenge, ja Oh nein! Was ist das für ein Sprung? Der ist ja einfach Und dann stellt sich raus Du bist, du bist auch zu weit gesprungen Da waren nämlich gar keine Leiter mehr Das ist mir aber auch gerade eben passiert Los, wir haben es relativ schneller Nein, ich bin runtergelutscht Nein, ich bin runtergelutscht Ich hab's geschafft Nein! Scheiße Oh Mann, ey Don't do it Relax Don't do it Oh Gott Ihr seid so ungesprächig hier Ja, was soll ich denn sagen? Alter, du haust mich ganz halt runter, Alter Ich hab dich nur einmal runter, ne zweimal Das ist unehrenhaft, ey Unherrenhaft Unherrenhaft Aua Hui Nein 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 Lass es mal da weiter Verdammt Lass mal einen anderen Satz Ja, so So, Danny hat sich jetzt was zum Fappen gerollt Und beschäftigt sich jetzt erstmal Genau Uh, da hört man schon den großen Trichter Oh, fuck Damit wird das Das Signal dann verstärkt Ja, ich raub den grad zusammen, Mann Lass mich doch Willst du Fappsignal, weißt du? Ja Tüüüüüüüü Güüüüüüüü получается T elders T nut Der Samen wird, wird verstärkt coupled Oh, fuck, ey Ich komme da nicht mehr rum Ich bin leider langsam ein bisschen dumm hier Du sollten langsam aufhören dann närWERnd Beim Kaninchen eigentlich schwimmen? Weiß ich nicht Also realistisch gesehen, eigentlich? Äh, nein Die dürfen selbst nicht mal mit wassern Berührung kommen まあ, gern mal gegen die Meerschweinchen was hast du gemacht eigentlich dürfen die das glaube ich nicht also zumindest hamster und meerschweinchen nicht weil dann weil das fällt nie dass das fell nie trocknet habe ich mal gehört genau und dann bleibt immer nass einmal nass immer nass und die lecken sich auch nicht mit der langste zunge gegenseitig ab das ist ja was anderes das ist spezieller speichel ja der trocknet selber und klebt alles zusammen so jetzt mal hier ein bisschen konzentraten ja ich bin gerade um gespräch weil ich gerade dachte dass ich muss das machen jetzt denkt doch mal nicht so viel und mach einfach weil man kann hier nirgendwo was hinbauen überall ist eine challenge das nervt mich voll also wirklich ein bisschen du hast doch jetzt deinen fab-trichter ja manchmal damit macht er jetzt mal langsam wir wollen was zum hören haben eigentlich nicht eigentlich wirklich nicht das ist gar nicht so schwer ist auch nicht nein und ich bin neu da so gut alles gut aussehen ich fühlte sich das ist echt schwer mit dem springen war ja ich nicht auch nicht 100% Schifffmethode versuchst nee die funktioniert bei mir nicht was war das denn das habe ich ganz genau gehört ist da gerade ein candy team gestorben schlagen wollen ja in der produktion keine kaninchen getötet ach gott ach ja hier Teletubbies sagst du ne da gab es doch dieses diese mega mega rage ähm weil da ein Teletubbies in einer sendung mal auf so einem kaninchen drauf gesprungen ist echt ja deswegen wurde die auch glaube ich abgesetzt Leute Willi alter Leute Willi Alter wieso denn hier zu viele Pferde ich bin einfach in Luft Danny Danny guck mal du machst das kaputt Leute das ruckelt gerade bei mir mega könntet ihr mal bitte die ganzen Pferde weg machen das wäre super nö Leute Was denn jetzt? Es nervt Was nervt denn? Alter ich komme ich kann ich kann hier nicht springen weil die Pferde auf den Leitern stehen und dann fang ich weg da Gass scheiße mach die mal tot ach ey du bin ich keine muschi ist ziemlich ätzend ja das ätzend und vor allem macht das mega frames im Arsch Frames im Arsch ja ich hab gern oh man das ruckelt wegen diesem scheiß Pferd hier ey also hast du jetzt wieder ein PC oder was? Moment mal was denn jetzt mit dir? Ja ich weiß ich willst du überhaupt mit deinem neuen PC also den richtigen? ja ja nein ich hab grad ich hab mir grad Minecraft auf meinen Taschenrechner geladen Erinnert mich ein bisschen an Portal ne erinnert mich ein bisschen an ein Ding jetzt ey an den alten PC willst du mich verarschen? das war echt sorry kannst du wieder rauffingen? ja mich erinnert du bist an Portal mit was anderem liegt er wieder rauf man nein ich will nicht wieder rauf fliegen nein nein ich will jetzt noch mal mein Pferd hat überlebt mein Pferd hat überlebt mein Pferd hat überlebt ich hab Leder bekommen von den Pferden warum kriegt man von Pferden eigentlich kein Pferdefleisch? mein Pferd ist tot ha 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 ist das jetzt eben Unsichtbarkeit? gehen die XP-Kügelchen wieder los ach das XP-Kügelchen ach guck mal den mach ich auch mit gute Idee die sind toll ne? ja wo sind die eigentlich? gibt doch einfach Erfahrung ein Erfahrungsfläche oder Experience Trank oder sowas ja Trank NEIN ah 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 so fast wir brauchen noch ein bisschen Erfahrung naja glaub ich auch so nicht die Methode boah übertreibt man auch mit den Erfahrungsflächen wie viele Popel da rumliegen fuck und jetzt würd ich auch noch durchlaufen ja Popeli Popeli Alter Denny warum hast du nicht runter gehauen? ich hab ihn aus Versehen gehauen ich hab ihn aus Versehen gehauen ja 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 ne und ich weiß er hat sich falsche Tasse geklickt ganz aus Versehen euer rechte und linke Maustaste mhm ähm ah ah jetzt weiß ich was der Fehler ist ich wundere mich noch nicht Alter es ruckelt wirklich ich lauf bloß noch auf 30 FPS ey meine Rucke mit 30 FPS ja das ja das oh nein jetzt seh ich nichts oh nein die ganzen Popel ey die ganzen Popelis Popelis in level 23 ey ich kann noch nicht mal in starten kacke ich seh nichts wieso willst du auch ein Clan ich helfe sie mal zusammen ich helfe sie mal zusammen ja ich brauche noch drei Jahre vielleicht auch hier Alter das droppt mich immer auf 20 FPS runter ne ich alter ich hab auf 20 FPS ey das droppt mega das droppt mega wenn ich mich auch mit dem Schnellwurftrag das macht das jetzt bis hier noch mehr im Arsch okay dann komm ich das Script das ich noch schnell klicken kann es geht nicht achso du hast das ClickBot oder was ja damit ich schneller werfen kann und schießen KickBot ist übrigens verboten ne ach fein ey du meinst in mw2 und so ne ja es ist überall ein Hack überall ist es auch in Minecraft weil da nutzt es die auch bei Google du hast ja nur für rechts klickt ne aber egal trotzdem ist es verboten Danny ich will damit nicht so angehen wenn du aufnehmen dass du das machst ich hab das nur hier um sowas zu machen ja ja klar das sagen sie alle und um mit Creative schneller bauen zu können ja 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 guck mal wie schnell ich bauen kann weißt du nicht wenn ich irgendwann ne Pistole im Haus hab weißt du und damit die mal erschossen wurde sag ich auch so ne ich hab die nur um zu verteidigen ja das ist ja normal ne ja so wie der Typ da in der Garage wie tosten die da im Haus ja ich geb dir gleich mal ein richtiges Haus ey echt ist das schön das wär voll nett von dir danke ne ja ne ne das Haus ist dann fantastisch das könnte auf Gleisen stehen oh nein auf Schienen ey es könnte auf was stehen auf Gleisen ich will auf Schienen ey nicht auf der Fährverkehrsstrecke ok ich könnte auch überall Leitern hinbauen und dann läuft die stelle nicht hoch, wenn ihr irgendwo durchrennen wollt. Jetzt da hin. Mega behindert. Genau, jetzt da. Hoppla, da hin, sorry. Ich dann. Nein, das nicht. Jetzt musst du da hin. Jetzt musst du hier hin. Jetzt da. Jetzt hier hin. Genau, und jetzt da. Jetzt musst du da hin. Wenn ich da nicht noch mehr rein, lass mich so ganz in die Brille. Also Danny, nicht den Bot. Ey, es ruckelt jetzt, ey. Ich war gerade auf 20 FPS wegen den scheiß Popeln hier. Ohne Spaß. Also, ich weiß ja nicht, was du hast, aber ich bin konstant bei 60 FPS. Ja, du nimmst ja auch nicht auf. Nimm doch mal auf, Danny. Probier mal mit Aufnahme und dann musst du mal schnelle Bewegung machen, weil da droppts dann immer. Na ja, droppts, droppts. Fuck, ey. Dann machst du auch schnelle Bewegung. Beweg dich langsam. Weiß ich auch nicht. In der Real Life bewegst du dich auch nicht schnell. Das ist doch nur rum. Ja, im Real Life springe ich auch nicht die ganze Zeit. Der ist richtig. Der hättest du auch Frame Drops. Droppen den auch die Frames? Ja klar. Willst du da mal reinspringen? Ne. Das war's, dann muss er gar nicht reinspringen. Wenn ich es schaffe. Oh Gott. Was macht ihr denn da oben? Nichts. Deswegen ruckelt es bei dir die ganze Zeit so. Guck mal, für jeden verkacken werfen wir einen rein, okay? Okay, das ist eine gute Idee. Jeder einen von uns. Und einen rein. Okay. Oh Gott. Ihr wisst aber schon, dass die nach 5 Minuten despawnen, ne? Ist mir doch egal, ne? Naja. Na ja, ist egal. Wir legen eh mehr nach als wir spawnen. Na, ist das richtig? Und einen rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wir haben uns keine eingebauten. Alter. Denny? Ach, Denny ist tot. Denny ist tot. Denny ist gemutet. Ja, mal wieder. Aua, ich hab mir gerade wieder da gestoßen. Ist da der Fisch gestoßen? Ist da der Fisch gestoßen? Alter. Bin wir da mit uns ficken? Da sind wir zwei Reihen fallen. Ja, mach mal. Ich fülle denny mit. Für denny mit. Ich fülle denny mit. Für denny mit. Dann probiere ich das nächste Aufnahme nochmal. Ja, vielleicht ist man auch gesprächiger. Ich fülle denny mit. Ja, vielleicht war ich noch mal gesprächiger. Ich fülle denny mit. Ja, ich fülle denny mit. Ich fülle denny mit. Ich fülle denny mit. Ich fülle denny mit. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Nächstes Mal geht es hier weiter und haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.